Ziemlich fünster hier immer wieder. Scheiße, da ist es nicht lange genug dafür. Ja, es ist zu kurz. Okay, hier brauche ich meine Lampe. Ein kleines Labyrinth. Ein komisches kleines Adlerauge. Oh, verpiss dich doch und lass mir... Hey, ein Schlüssel, super! Verpiss dich doch und lass mir einfach meine Ruhe. Ja, jetzt ist wieder dunkel. Hey, Herz. Gut. Ach, hier geht's raus. Boah. Gut, aber... Zum Glück ist es kein Spiegelkabinett, weil... Ich meine, die finde ich zwar richtig lustig, die Spiegelkabinett auf Ja-Märkten. Nur... Ich hau mir da ständig die Rübe an, so blöses Ange. Oh, jetzt wollte ich ihn anstecken. Aua! Trifft mich ein Pfeil aus dem Dunkeln. Das ist gemein, du Arsch! Ach, hier bist du! Du kleiner feige Scheiße! Willst mich hier einfach anstecken? Oh! Äh, das sieht jetzt hier... ...nicht gut aus. Zumindest nicht gut für mich. Es ist dunkel. Es ist scheiße. Und ich bin gleich tot. Super Voraussetzungen finden. Gutes gelingen der... Scheiße. Äh, Amt. Entschuldigung. Jetzt starte ich wieder hier. Aber na gut. Ich hab die beiden so eben umgehauen. Was soll das jetzt? Ja... Gut, Mensch. Find ich gar nicht lustig. Ich... Verdammte Scheiße hier. Ich hab die Schweine aufgehauen. Der ist eine Schwerteilung. Wenn ich die Musik wiederualdecke klinge. Aber du hast nicht damit. Wird dich nicht so. Die Schwerteilung. Deine Musik aufpassen. ... Was ist eine Schwerteilung? Das ist völlig egal. Der ist natürlich frustrativ. Das ist eine Schwerteilung. Das war's für heute. weiter, weiter, immer wieder weiter, nicht vom Tod abschrecken lassen, nein, m-m. Ich will ihn immer ansehen, das ist nicht möglich. Ich denke mir, ja, vielleicht hat er kalten Sonnenrüstung, man weiß es ja nicht. Ich würde erklären, warum er so zittert. Ja, scheiße, wieder mal tot, na super, klasse. Ich mache so weiter wie das letzte Mal, als ich hier war. Ständig sterben, ständig sterben, ja, es macht großen Spaß zu sterben, warum denn auch nicht? Ich meine, wäre doch auch langweilig, ohne Tod. Dann hätte man ja gar keine Gelegenheit für sich aufzuprägen. Ich glaube, da war ich vielleicht nicht. ah scheiße verdammte kacke ach nee so dann mal weiter dann haben wir hier eine Prinzessin zum retten sind wir nicht hier zum Kaffee trinken ich trinke sowieso keinen gut eine Ausnahme gibt es natürlich eine Person gibt es die ich mal getrunken will wenn ich eine ehemalige Klassenkammerlein von mir so 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 komische Augenfledermäuse mehr Auge wie Maus oder mehr Maus wie Auge je nachdem wie man es sieht auf jeden Fall hat es Flügel und nur großes Auge aber dafür keinen Körper also kann es schon mal keine Maus sein oh scheiße was ist scheiß Popper probieren das hat gerade dazwischen geploppt so ne scheiße ja in der Zeit hat mich die Maus gerade getroffen supi klasse uuuuuh fick doch die Henne die so Schnelles Herzchen holen, schnelles Herzchen holen, bleib hier, bleib hier kleines Herz, bleib hier, bleib, 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 ist es geblieben oder ist es nicht geblieben? Geblieben, 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 weil mein Leben immer noch liebst, hier oben ist noch ein kleiner, ein kleiner Pott, da vielleicht noch, in dem vielleicht noch Leben sein könnte, nein, das Geld dran tut, aber es interessiert mich Geld, ich bin fast am verrecken, Ah, schon viel besser, jetzt kommt Willkommen Ja, schon viel besser, jetzt kommt Willkommen